Herzlich Willkommen in Saison 9 Splatten 2 Heute spielen wir die Enze brennhaftig reif, wette Mittel, Vollkraft niedrig, Vollkraft hoch, Sekundärferte Sprinklash, Spezial für Tintenschauer Wow und das ist eigentlich legendär Ähm anlegen, äh ab in die erste Runde Hey, entschuldigung dass das Video schon mal wieder so viel zu spät kommt Äh ich werde vermutlich heute auch streamen, weil why not Because hey, morgen ist Feiertag Yay, oder wenn wir jetzt da mit durchschauen, guess Äh, ja dann ist heute Feiertag Wow Ähm, ja also wie gesagt Ich werde vermutlich heute streamen, was eigentlich gar nichts bringen, wenn ich das sage Weil wenn ich es nicht mache, dann ist es total lustig, dass ich das sage Und wenn ich es mache, dann seht ihr es ja, könnt ihr es ja eh sehen Also, ne egal, okay Äh Oh shit, so, hallo, kann bitte diese Kacke mal von mir weg Wie lang bleibt dieses Ding eigentlich dran? Haha 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 Irgendwie dachte ich, dass der eine, ähm, Blast mit einer Höhe und Reichweite hat Von daher dachte ich, hey, wenn ich in der Nähe bin, kann ich mir nichts machen Ich habe ja früher in Splatoon 1 richtig viel auch, ähm, Nzip oder was Splatoon 1 noch? Ich weiß nicht, doch, es war in Splatoon 1 Ähm, richtig viel Nzip gespielt Und ich weiß nicht, aber mittlerweile, ich finde, keine Ahnung, ich bin es irgendwie so ungewohnt Dass die Waffe so, so mehr oder weniger komplett gerade schießt Bei einer normalen, ähm, ähm, ja In der Anführungszeichen normalen Waffe Wenn man jetzt halt sowas wie Blast und so alles nicht als normal ansieht Wie gesagt, Anführungszeichen normal Also, halt in der ganzen, in der Waffe, die einfach ganz normale Schütze hintereinander schießt Oh Gott Dämlich, aber gut, oh, ist das geklappt Übrigens kann es sein, dass man, oh Gott Kann es sein, dass man die so upgraden kann Ähm, ähm, äh, okay Wieso war es nicht mein Kill? Kann es sein, dass man die, ähm, oh, Aufdeckbombe so upgraden kann Dass die einfach so lange hält Kann das sein Weil, hey, das war echt nervig Schrägstrich ist echt nervig Schrägstrich, okay, ich mach einfach mal den hier Ähm, ich glaube, hier oben kann es sein Na, gut, okay, geh ich vor Ha, 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 ha Wow Ha, 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 ha Pfff, geil Äh, okay Okay Oh, nee Äh, ha, 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 20 Punkte Ach, komm schon Mann, die 2.000 hätte ich schon haben können Äh, die 1.000 hätte ich schon haben können 2.000, wir gewinnen ja nicht, also Ja, gut Aber zumindest die 1.000 hätte ich schon haben können Naja, egal, okay Ähm, die erste Runde lief für mich zumindest ganz okay Ich mein, 89 eingefärbt, 6 Kills Oh, das erklärt einiges Okay, also Ja, gut, okay Zudem Muss ich, glaub ich, nichts sagen Hey, Perlmutt Perlmutt-Akademie, oder? Weil ich mein, das ist ja Doppel-T Ich sag mal Perlmutt-Akademie, aber Perlmutt-Akademie, oder? Ich denke, so ist es korrekt, ja Irgendwie, ich, doch, ich mach die Waffe schon noch Obwohl ich ja nicht so krank mit mir spiele Was ich ja by the way mit gar keiner Tue, also von daher Wow So Hör Ah, okay Äh, wisst ihr was? Ich nerf euch Uh Du nervst mich Ja, du nervst mich, okay Sagen wir es so Mh Nein, 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 nein Nope, 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 nope So einfach bekommst du mich nicht Haha, aber ich bekomme dich Oder so Habe dich bekommen Äh, bekomme dich Ja Nein Ähm Du hast ein ziemliches Problem, ja Darauf können wir uns einigen Ich denke, dieses Mal sollten die Äh, oh Gott, da ist ein Snapper Oh, ich denke, dieses Mal sollten die Tausend kein so Dickes Problem Dickes Problem Kein so großes Problem sein Denke ich Ha Oh, das war Zumindest nicht dumm gelöst Einigen wir uns darauf Ich sag, ich will einigen wir uns darauf Okay, ähm So Weiter geht's Hahaha, ich will kills Weißt du was Und ich weiß auch, dass du sterben willst Oh, really Really, genau Oh, really Nee, really Äh, die muss ich immer noch nicht down Ich dachte, dass die Wenn ich zwei Schüsse drauf ballere Dass die zumindest den Rest machen Aber nee, die haben ja gar nichts gemacht Das sehe ich nicht ein Und hallo Oh, hallo Hahaha Ich wollte eigentlich gerade wieder den Tint eintauchen Und nach links weg Und dann rausspringen Und ihn dann angreifen Aber Gar nichts davon Ja, hat funktioniert Ja gut, wenn's beim ersten Schritt Nicht klappt Dann, ja, kann ich Warnerschritte ja sowieso Nicht ausführen Von daher kann's gar nicht weiter klappen Danach Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Was hat der für eine Ähm Das sah Irgendwie Seltsam aus Irgendwie Ich sag immer Irgendwie Also ich sprich's immer so Wie ein Ü aus Ah, du hast nicht damit gerechnet Und er hat mich trotzdem getötet Äh, ja Win Easy Peasy Ähm Whatever Okay Ich wollte irgendwas sagen Hab ich aber nicht gesagt 2013 Ähm, ja, stimmt fast So Sechs Kills wieder Die Kills bleiben Gleich Mal schauen, wie's in der nächsten Runde Ne sein wird Übrigens find ich's echt lustig Weil letztes Platoon-Folge ging 8 Minuten 4 Sekunden Die davor 9 Minuten 45 Sekunden Und die davor 12 Minuten 4 Sekunden Also es wird immer weniger Es wird sich jetzt ändern Weil ich jetzt vorhabe 5 Runden zu machen Falls ich mich nicht verzähl Oder, ähm, es einfach vergesse Oder was auch immer Ähm, aber auf jeden Fall Ja, irgendwie lustig Also, oh Perfekt getroffen Ich wollte eigentlich nicht den treffen Aber trotzdem ist die Position nicht schlecht Ähm Keine Ahnung Ich mein 9 Minuten 45 Und ich hab's sogar noch kürzer geschafft Wow, den hätte ich auf jeden Fall schnell töten können Aber gut Ah, da kommt der Regen Nein Wäre ich nicht in die Tinte gegangen Und wollte weg Äh Wäre ich nicht die Tinte In die Tinte gegangen Und hätte wegspringen wollen Aus der Tinte heraus Oder Wie auch immer ich das formulieren soll Ähm Dann hätte ich ihn vermutlich bekommen Vor allem, weil ich nicht mehr aus der Tinte rausspringen konnte Weil da ja Ähm Gegner Oh Gott Gegner Ja, ihr werdet gleich hoch Ja, ja Ähm Weil da gegnerische Tinte war Oh Super Trick, Robin Wusste ich wirklich sagen Ja, muss ich wirklich sagen Uh, der geht echt auf Laufspeed Und Warte, was ist das? Achso, ich glaub, dass da, wenn er schwimmt, in der Tinte unsichtbar ist Yep So sollte es sein Ähm Ihr fliegt echt weit, muss ich sagen Ah, ich bin schon so nah, damit hättest du nicht gerechnet Was Mein Trumpf sein sollte, aber Was? Doch ein Blaster, die Na gut, okay Ich mein Allein mit dem Blaster hätte mich Nicht getötet Oh, ist das Directed? Ich glaube nicht Ähm Ja Nein, 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 nein Untersteh dich Ja So einfach magst du dann auch nicht Ey, vielleicht schaff ich's da gleich mal hier aus dieser Ecke raus Und kann mal vor zu den Gegnern Was vielleicht Mit einem Ich wollte gerade sagen Item Vielleicht Mit einer Äh, Sache Das klingt genau so blöd Äh, vielleicht mit einer Sache Namens Re Rain Ja, genau Regen geht Und Wer denn Einen Person hätte ich Vermutlich getötet Okay Ja, da du ein Blaster bist Ich bin schon davon ausgegangen, dass Oder ich hab damit gerechnet, dass es einer von den Blastern ist Was ja auch irgendwie Äh, logisch ist, wenn es zwei Blaster sind Und bin extra Hat mich extra so ein bisschen bewegt Und bin nicht stehen geblieben Was ich eigentlich immer hätte machen sollen Aber Jetzt hat er erst recht Diesmal Ha Weißt du was Ich glaub, das ist nicht die beste Taktik, die du da fährst Nein, 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 nein Oh, okay Den hab ich noch bekommen Ich hab sogar echt gute Arbeit geliefert Oh Gott Ich hab damit gerechnet, dass sich die Karte wieder automatisch schließt So wie wenn man, ähm Minus in Äh, in, in Splatoon Genau, in Palance drückt Also dieses Ding, was sich da öffnet Und dann hab ich grad damit gerechnet, dass sich von selber schließt Ich spiel halt zu wenig Splatoon 51 zu 36 Ja gut, das heißt zu wenig, jeden dritten Tag für ein Video Also, ja, mei Okay Ähm Jo, neun Kills und am meisten sind eingezappt Also Ich glaub, ich kann sagen, dass ich der Beste war Zumindest, ähm Ja, also gut Kommt halt drauf an Weil der Blaster mit elf Kills Äh Hat halt Für seine Klasse Am besten Also Blaster Weil Ich mein, Blaster kannst du weniger einfärmen Und dafür besser killen Also Würde ich sagen, dass wir beide um den ersten Platz konkurriert haben Aber für den Modus Hab wahrscheinlich ich besser gespielt Weil ein Färben halt Hey, Hotel Neotune Mal wieder Mal wieder Ja, passt auf jeden Fall Ich bin Ich glaub, ich war letzte Folge so, ähm Etwas schlecht gelaunt Ich glaub Woran lag das? Äh Ich glaub, es lag an Splatoon Weil ich da Ich glaub, er ist sowieso Was, ja Auf die Bedeutung auf die Fresse bekommen hab Ähm Ich weiß aber nicht mehr Und Ich glaub, das war letzte Äh Ja, ja, okay Ja, geil Ich kann ja mal Kein Wort dazu Ähm Auf jeden Fall Ich glaub, es war letzte Folge Und in dieser Folge wird ich besser gelaunt Ja, definitiv Und da kann mir auch Ein Nicht mal so ultra nerviger Blaster nichts anhaben Ich mein Der ist jetzt nicht wirklich ultra nervig Also wär's jetzt so ein Was weiß ich was Richtig krank guter Blaster Spieler Dann Oh Ja Dann Hätte er das Potenzial So unfassbar nervig zu werden Aber zum Glück Ist er nicht Der krankste Blaster Spiele Die Menschheit je gesehen hat Sehr gute Beschreibung im Übrigen Oh Äh Kann es sein, dass der Ja Ja, ich kenn dich Kann es sein, dass du nicht Damit gerechnet hast Dass ich da Äh Insel langkomme Aber gut Hast es halt gut genutzt Oh Und wieder zurück Wow Hat sich gelohnt So Wieso bewege ich mich dann erstmal so langsam Oh Blaster Wenn der sich nach Das sind halt zwei Leute, gell Äh Ich war Ich glaube ich habe gerade das Schlechtste gemacht Was man machen konnte Und zwar da Die ganze Zeit stehen bleiben Aber gut So Wie kann ich dich Gut austricksen Okay Ähm Hat funktioniert Obwohl es nicht wirklich austricksen Oder sowas war Nein, 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 nein Böse 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 Sehr böse Oh Mann Ah Wenn man einmal springt Dann sollte man nicht Versuchen umzukämpfen Man schafft es sowieso nicht mehr Okay Ich habe gerade meine Chance Gewastet 900 Ähm Punkte anzupferben Jetzt werden es definitiv nur noch Maximal Irgendwas In den Ah Ich wollte gerade irgendwas Ich kann Irgendwas Ich kann Ich kann Ey du bist so gemein Boah Ich mag dich nicht Ich mach dich gar nicht Dein Spaß Ach Mann Ja Wow Jetzt werden es nicht mal 800 Wieso teleportiere ich mich zu den Leuten Ach egal Oh bitter 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 Ich kann es zumindest wieder umfärben Haha Ich habe zumindest noch einen Kill gemacht In der Nähe kill ich schneller Aber wenn ich Gut Es interessiert mich nicht dass du da bist Ich meine um zu gewinnen Müssen wir einen färben Das sollten wir gewonnen haben 10% oder so Ähm Okay 4% Stimmt Da links ist ja was von denen eingefärbt Äh Jo Okay aber 4% 4 kills 828 War jetzt nicht so ultra schlecht Aber gut kann man dazu auch nicht sagen Ich meine Die meisten kills waren 7 Also war jetzt auch nicht so krank krass Aber Ja gut So ab in die nächste Runde Ähm So Oh Gott okay Ähm Ich meine bestes Oh Okay Nein 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 Da habe ich keine Lust drauf Haha Ja Hat ja super funktioniert Immer diese Die Stelle da Super geworfen Die Stelle da oben Die man immer dann noch selber einfärben muss Weil sie nie eingefärbt ist Äh okay Den nutze ich einfach mal diese Position aus Und färbe hier auch ein Äh Ich meine okay Wenn ich schon mal hier oben bin Dann kann ich die Position noch nutzen Ha Damit hast du scheinbar nicht gerechnet Hahaha Danke für die Unterstützung Hahaha Ja diesmal bin ich nicht down Das wollte ich auf jeden Fall sagen Ich wollte nicht sagen diesmal bin ich down Ich wollte auf jeden Fall sagen diesmal bin ich nicht down Ich wusste schon Dass ich nicht sterben werde Hahaha Spring 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 Oh Gott Ja ja Hölle 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 Ich gehe hier lang Okay bitte nicht vor allem Danke Ähm Mh 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 Na So Sudala Nicht zu sagen fliege Haha Ich töte dich Ähm Okay Jut Ich hab's den Äh gebracht Ja 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 Komm wollt ihr nicht rüber springen Hier ihr seht euch doch Ah da 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 Ich ärgere euch doch bestimmt Oh In meinem Dasein Dasein ja In meiner Existenz Ah Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich krieg gar nichts mehr Oh Gott Ich hab mich so erschreckt Hahaha Oh Gott Übrigens lustig dass Da Drelle das In seinem Klan mitspielen Oh Gott Hilfe Heieiei Wieso schrecke ich mich Wegen Es ist Splatoon Es ist Splatoon Wenn man sich Splatoon Wegen solcher So einer Sache So sehr Schrecken Danke Hätte er mir Ach gut Warte hat er nicht die Oh wow Hat er nicht die Instabombe Ich mein mit der Instabombe Hätte er mich doch locker töten können Weil ich glaub nicht Dass der eine Instabombe geworfen hat Und zwar ich weiß Hat er doch eine Instabombe Also Wieso der die nicht geworfen hat Weiß ich ehrlich gesagt nicht Ich mein Mich würde es interessieren Und nein Ich geh Nicht unten lang Auch wenn es vielleicht Eine kluge Entscheidung wäre Aber Kluge Entscheidungen Päh Bin ich denn Dass ich kluge Entscheidungen Treffen würde So Und das war Irgendwie Ziemlich useless Vielleicht hätte ich Unten bleiben sollen Jawohl Doch das war schon Sinn Falls ich da vorgegangen bin Sind wir mit dem anderen Und vor allem Der Regen hat auch noch Echt gut eingefährt Vielleicht Hat es mal den Regen Das sogar gemacht Ja gut okay Ich mein Das kann man immer Über jeden Spieler sagen Also Gibt es keinen Sinn Hey die meisten Kills Haben es die meisten eingefärbt Das ist doch mal Nicht schlecht Der eigentlich Hatte null Kills Und wie viel eingefärbt 900 Okay Ja gut Dann würde ich sagen Was mit der Folge Schönen Tagen Bis zum nächsten nächsten Folge Und bis zum nächsten Stream Ich hoffe ihr hat Spaß Und ja